Und mit mir die Angst, Velvet Cove, von Daniel Leitner, Self-Publishing. Der Mörder wohnt nebenan, die Hinterbliebenen schweigen. Vor beinahe 30 Jahren verschwand Pfarrer Eden auf unerklärliche Weise. Nun stößt die Journalistin Lana Conroy zufällig auf einen Zeitungsbericht und begibt sich auf die Suche nach Hinweisen. Dass sie damit die Aufmerksamkeit des Killers auf sich zieht, wird ihr erst bewusst, als es längst zu spät ist. Ein Höllentrip in die Psyche einer verängstigten Zeugin, die Gedanken eines Wahnsinnigen und einen ungelösten Fall, dessen dunkle Geheimnisse tief vergraben liegen. Wer traut sich zurück nach Velvet Cove? Zitat aus dem Buch Ich habe ihm offensichtlich den Schädel zertrümmert. War ich zu brutal?